Rente 2022 ein rückblick zu den änderungen der gesetzlichen rente im jahr 2022 millionen rentner werden das jahr 2022 sicher nicht vergessen mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de das jahr 2022 ist ja fast schon geschichte das jahr 2022 war unter anderem auch in sachen rente ein wirklich bemerkenswertes jahr das jahr 2022 fing damit an dass kleinere änderungen dass es kleine änderungen in den sozialrechtlichen rechenwerten gab also ab dem ersten januar 2022 änderte sich da was im gegenüber 2021 die wichtigste änderung war die senkung des vorläufigen durchschnittsentgeltes für das jahr 2022 auf 38.901 euro gegenüber 41.541 euro im jahr 2021 mit dem niedrigeren vorläufigen durchschnittsentgelt 2022 wurde zum beispiel die zahlung des beitrags für den ausgleich einer rentenminderung erheblich günstiger gegenüber dem jahr 2021 darauf haben wir auch schon in verschiedenen videos hingewiesen und was viele einfach vergessen bei gleichem jahreseinkommen im vergleich zum jahr 2021 also wenn das jahreseinkommen im jahr 2022 genauso hoch war wie das jahreseinkommen im jahr 2021 haben sie einfach für das jahr 2022 mehr entgeltpunkte für die rente erworben das ist eben auch der positive effekt des vorläufigen durchschnittsentgeltes welches im jahr 2022 gesunken ist was sich im jahr was sich im januar 2022 schon andeutete war die waren die höheren verbraucherpreise für energie und lebensmittel welche katastrophe sich dann aber anbahnte damit konnte keiner rechnen sie wissen was jetzt kommt mit dem überfall putins auf die ukraine am 24.2 2022 begann de facto für alle menschen in deutschland eine situation mit denen auch heute in der rückschau wirklich keiner gerechnet hat neben den unmittelbaren folgen des krieges in der ukraine den vielen toten das elend das leid was dort durch putin und seine verbrecherische aktion angerichtet worden ist haben wir hier auch in deutschland unmittelbare wirkungen eine wahre preisexplosion der energie und lebensmittelpreise eine inflation ungeahnten ausmaßes mit stand 30 11 22 immer noch bei gut zehn prozent inflation im gesamten euro raum daneben die unsicherheiten mit der bestehenden gas- und ölversorgung aus russland gaslieferung aus russland wurden ja durch putin mit der absicht getrossel deutschland sozusagen in die seite zu ziehen rezessionsängste bis hin zur massen arbeitslosigkeit machten die runde das kernproblem die massive inflation wurde durch die bundesregierung nicht rechtzeitig in angriff genommen mit dem ergebnis dass viele menschen vor allen dingen rentnerinnen und rentner mit geringen einkommen mit geringen alterseinkünften unter den erheblichen kaufkraft minderungen zu leiden haben und auch heute noch zu leiden haben viel zu spät steuerte die regierung mit inflationsdämpfenden maßnahmen gegen die wirkungen der hohen inflation im märz 2022 wurde die rentenerhöhung für viele millionen rentner bekannt gegeben eine kräftige rentenanpassung hat es dann zum 1.7 22 in west und ost gegeben das dürfte ja allen bekannt sein die neuen rentenbescheide sind ja schon längst durch ein erstes entlastungspaket wurde aufgesetzt steuerliche entlastungen kamen die rückwirkende anhebung des grundfreibetrages des steuerlichen grundfreibetrages für 2022 und finanzielle entlastung für menschen mit geringen einkommen die zahlung eines einmaligen kinder zuschlages den zuschlag für harz 4 und grundsicherungsempfänger und für arbeitslose der wegfall der eeg umlage und einiges mehr was in diesem paket so auf den weg gebracht wurde da diese entlastung bei weitem nicht ausreichten wurde das zweite entlastungspaket durchgezogen unter anderem mit der energiepreispauschale für erwerbstätige nach dem einkommensteuergesetz diese energiepreispauschale ist ja dann zum 1.9 22 erstmals für millionen arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer die in einem ersten dienstverhältnis standen zu dem stichtag 1.9 standen durch arbeitgeber ausgezahlt wurden oder die leute holen sich das geld vom finanzamt bei der steuererklärung 2022 rentnerinnen und rentner blieben aber bei dieser energiepreispauschale völlig außen vor vielleicht erinnern sie sich noch an die aussage der präsidentin der deutschen rentenversicherung frau gundula rosbach dass die energiepreispauschale für rentner nicht notwendig sei weil diese ja zum ersten 7 22 die hohe rentenanpassung erhalten haben ein sturm der entrüstung entfachte solche aussagen also sie war ja nicht allein mit diesen aussagen und auch die tatsache dass unsere rentner nicht die 300 euro bekommen sollten sie können sich noch erinnern sie haben massiven druck auf die politiker ausgeübt so dass es dann im ergebnis aus diesem sturm ein flächenbrand wurde und die bundesregierung nicht anders konnte als in einem dritten entlastungspaket im september 2022 rentnern und studenten auch endlich die energiepreispauschale zuzubilligen bis heute hat sich im übrigen jene frau präsidentin rosbach der deutschen rentenversicherung eine hochbezahlte beamtin für ihre aussagen gegen gegenüber ihren 20 millionen schutzbefohlenen rentenempfängern und vielen millionen weiteren bei ihr versicherten arbeitnehmerinnen und arbeitnehmern nicht entschuldigt ich kann ihnen nur eins sagen wäre ich der entsprechende bundesminister hätte ich diese dame frau rosbach sofort entlassen des amtes enthoben denn frau rosbach hat hier einen schwerwiegenden verstoß gegen ihre gebotene für beamte gebotene neutralitätspflicht begangen aber sie ist ja immer noch präsidentin der dhv also müssen wir leider mit dieser dame immer noch leben im dritten und damit übergreifend auch für das zweite entlastungspaket wurde die energiepreispauschale für rentnerinnen und rentner eingeführt die strom- und gaspreisbremse die hoffentlich 2023 inflationshemmend wirken wird daneben noch die deutlichen änderungen im wohngeld mit der ausweitung der ansprüche und einen völlig neuen heizkosten zuschlag für rund zwei millionen menschen darunter sicherlich auch viele rentnerinnen und rentner und auch studenten die von den neuen regelungen des wohngeldes profitieren können bitte also antrag nicht vergessen mit wirkung zum 26 10 22 wurde die steuerfreie 3000 euro inflationsausgleichsprämie für arbeitnehmer beschlossen von der auch arbeitende rentner bis zum 31 12 2024 profitieren können das bürgergeld wurde mit höchster not und eile zum 1.1.2023 beschlossen damit es ein bisschen mehr geld für bürgergeld empfänger ab dem ersten januar 20 23 geben kann aus harz 4 wurde bürgergeld im oktober schrägstrich november 2022 gab es erste hinweise auf eine mögliche rentenanpassung im jahr 2023 von rund vier prozent ist die rede klarheit zu den tatsächlichen zahlen werden wir erst im märz 2023 haben das jahressteuergesetz 2022 brachte auch noch einmal für rentnerinnen und rentner eine entlastung eine finanzielle entlastung so steigt der grundfreibetrag 2023 nochmals deutlich gegenüber 22 an die grundrente wurde steuerfrei zum 1.1.2021 rückwirkend gestellt der abbau der kalten progression wurde mit der verschiebung der steuertarife begonnen arbeitnehmer und rentner die in die rentenkasse noch beiträge einzahlen können ab 2023 diese beitragszahlung voll als arbeitgeber als altersvorsorgeaufwendungen absetzen auch eine finanzielle entlastung zum 7 12 22 wurden an gut 20 millionen rentnerinnen und rentner die 300 euro energiepreispauschale ausgezahlt und last but not least am 30 12 22 dem letzten bankarbeitstag im jahr 2022 wird die gesetzliche rente an millionen rentner entweder vorschüssig oder nachschüssig ausgezahlt punktgenau sozusagen der zahlungstermin der rente denn am samstag dem 31 12 22 ist silvester und dann geht es schon rein in das neue jahr 2023 und damit auch wieder mit vielen änderungen für rentnerinnen und rentner sie sehen es bewegt sich immer alles weiter 2022 war ein jahr mit vielen aufs und abs für viele menschen rentner sozial geldbezieher arbeitnehmer mit geringen einkommen sicherlich ein ganz ganz schweres jahr die finanziellen substanzen wenn sie denn überhaupt da waren sind bei vielen aufgezehrt jede noch so kleine entlastung denke ich zumindest ist bei ihnen herzlich willkommen ob es im jahr 2023 für uns alle und auch für millionen rentner besser wird hängt maßgebend davon ab ob die inflation zurückgeht erste indikatoren wie der rückgang der erzeugerpreise und die gesunkenen ölpreise lassen leicht auf besserung hoffen aber was viel wichtiger ist dass endlich frieden in die ukraine einkehrt und der verbrecherische krieg putins der so vielen menschen das leben gekostet hat endlich endet ich wünsche ihnen liebe rentnerinnen und rentner für das verbleibende restjahr 2022 wirklich nur das beste gesundheit und die hoffnung auf bessere zeiten im jahr 2023 ihr rentenberater und rechtsanwalt peter knöppel 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 und rechtsanwalt peter knöppel